Das Auto glitscht die ganze Zeit. Das Ding lenkt ja. Moin Leute, was soll ich sagen? Corona ist da. Ich sitze zu Hause und weiß nicht was ich tun. Also komm ich auf die Idee, dass unglaublich das Car Driving Home Edition Steam zu spielen. So, ich sitze jetzt hier schon so dumm da. Ja, ich hab mir mal schon euch die Ladezeit erspart. Das ist eine enorme Karre. Wulla, wulla, wulla. Okay, fahren los. Das Ding lenkt ja. Wir gehen mal zur Werkstatt. Okay, jetzt. Ich halte mich definitiv an die Route. Also Corona ist back. Das wisst ihr sicher schon alle. Sorry. Ah, der Weihnachtsdekos ist da. Ja, direkt Zeit gespart. Das Auto glitscht die ganze Zeit. Also rein da, rein da, rein da. Direkt genau schön karikäisch. Da ist keine Innenperspektive, 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 Innenperspektive. Ja, genau, sie wird durchgeführt. Da ist ein Schaden drin. So, liebe Freunde, ich hätte jetzt gesagt, ihr checkt den Abo-Button unbedingt aus. Für mehr abonnieren, für mehr liken. Und bleibt gesund, kommt gut durch die Quarantäne, zeigt Corona 2.0 Dingens da. Und ciao. Ciao. Ciao.